Musik Ich tausche heute Stift und Papier gegen Pfeil und Bogen. Wir sind beim BSC Heidelberg. Sieht gar nicht aus wie ein Bogenschießplatz, aber steht da und dann gucken wir mal. Musik Vor jedem Training muss der Bogen erst einmal zusammengebaut werden. Mein Anfängergerät besteht aus sieben Teilen. Musik Wichtig ist, dass ich Brust- und Armstreifschutz anlege, damit ich keine blauen Flecken bekomme. Musik 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 Und, wie war ich? Eigentlich sehr gut. Eigentlich? Eigentlich. Also für zwei Stunden jetzt ein Schnupperkurs, das ist extrem kurz. Also gut, also du hast auf jeden Fall die Scheibe getroffen. Und zwar sehr gut getroffen. Du weißt, dass es beim Bogenschippen, dann muss jemand den ganzen Upload konstant machen. Immer das Gleiche. Okay, dann Funkzeichen. So, es hat super viel Spaß gemacht. War anstrengender als gedacht und auch anstrengender, als es auf dem Video aussieht. Jeder sollte es mal selbst ausprobieren. Gut für die Konzentration. Musik